Ja, ja, da mach mal. Ich bin schon, das hatte ich wieder. Ja, ja, ist okay. So, wo spiele ich bis jetzt? Machst du den Judge? Genau, ich bin den Judge, ja. Du bist der Judge. Wo warst du gerade? Er hat gerade zu meinen Gunsten gejudged. Ja? Ja, mein Gott, ich hab... Aber, du hast recht. Ich konnte es machen. Ich finde es wichtig, dass man da runter an die Rutschmatten hat, weil sonst Rutschen schnurig ist. Ich wollte halt arg messen, dann musste ich den Baust wegnehmen, dann musste ich den Ständer wegnehmen, um ordentlich Leder anzulegen. Und dann habe ich das Ding halt seit einen halben Meter verrutscht. Und dann war es da raus. Also es war vielleicht vorher auch schon raus. Also es war ganz knapp, Frau Töne, er wollte halt den Judge... Auf ihn? Ich lege es gleich hin, ne? Ja, ja, ist gut. Delta, auf der 1 nach rechts. Ich habe ja auch gestellet, dass es passt. Wie sollt ihr gesehen? Meister aller Augen. Machtrolle. Target lockt auf Matchstick. Eins war da raus. Target lockt auf Matchstick. Und samt da eins. Und Fokus. Das war ja. Danke. Die Leder raus. Ja, ich weiß, dass ihr eigentlich gefragt habt, dass ihr die Grumm mit sich geschossen wollt, der Erläufe ist, was da noch verfolgen soll. Vielen Dank. 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 Yeah. Yeah. Vielen Dank. Ja. 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 Yeah. Ja. 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 Und Broadside schießt auf Obi-Wan, Ion-Geschütz, einen drehe ich in den Auge, mit ganz seitlichem Feuer. Darf ich den, den wir gesehen haben? Nein, nein, ich darf eine Leerseite in den Auge drehen. Ja, ich darf eine Leerseite in den Auge drehen, ich darf eine Leerseite in den Auge drehen. Ja, ich darf eine Leerseite in den Auge drehen, ich darf eine Leerseite in den Auge drehen. Ja, ich darf eine Leerseite in den Auge drehen. Das wäre mir scheißegal, glaubst du mir das? Ja, ich darf eine Leerseite in den Auge drehen, ich darf eine Leerseite in den Auge drehen, ich darf eine Leerseite in den Auge drehen. Ja, ich darf eine Leerseite in den Auge drehen, ich darf eine Leerseite in den Auge drehen. Ja, ich darf eine Leerseite in den Auge drehen, ich darf eine Leerseite in den Auge drehen. Ja, ich darf eine Leerseite in den Auge drehen, ich darf eine Leerseite in den Auge drehen. Ja, ich darf eine Leerseite in den Auge drehen. Und eins war raus. Und Fokus. Vielen Dank. 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 Ja. Ich mach mal so. Ja, mach mal so. Und dann legt man die Wolke wieder hin. Ja. Es war auf jeden Fall so, dass du knapp vorbeigeschaut hast. Ja. 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 Ich habe auch mal gegen den Wiesbaden schon mit sieben gesehen, ne? Also, die... ...getan, 3x3 und Wolke. Ist das nicht Witz? Ja, ich habe es nicht selbst gesagt, ne? Ja, ja, aber Wiesbaden... Ja, aber das jetzt gibt es schon noch ein Wiesbaden, oder? Ja, ja, das war auch der DM. Hab ich ja noch das Spiel, der Kita hat das gespielt, oder? Ach, dieser Kurde. Da habe ich ja noch die 2x3 gespielt, äh, die 2 Mädels gespielt. Ja. Ich habe auch jetzt noch mal andere... Welchen, oder? Ja, ich weiß auch, aber nicht. Ich? Ich? Kann das passieren? Ja, ich weiß nicht, ne? Ich weiß nicht, ne? Ich weiß nicht, ne? Ich weiß nicht, ne? Ach so. Ja, ich so. Kai? Wie kann er mit 4x2? Und dann habe ich gesagt, ich habe doch gewonnen. Ja, das hat ja jeder Scheiße-Hebel jetzt dreimal kontrolliert, oder? Das Wichtigste... Ja, der Kita ist Kai. Das war auch schon so ruhig dann. Ja, sehr gerne. Catchphrase halt, ne? Jetzt wird's auch sehr, sehr schnell. Ja, der am lautesten am öffentlichsten Kur lot. War mit die ganze Latte von der Leute. Das Hallo, war mit ihr? Und dann war mit irgendwas... Kein anderer macht das wie du. Oh, ich krieg Stress! Fokus! Ecke 2 nach links. 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 Auf wen hast du geschossen? Auf wen hast du geschossen? Das ist seine Fälligkeit und das ist nun die Nahes Fälligkeit. Vorste oder Fokus? Ich kann keine Aktion machen außer Fokus. Okay, dann darfst du hier... Fink mal Luminara. Ja, N2. N2. Äh, nicht ein Auge hinzu. Halt es noch? N2. Ja, die frühen Wiener kann ich mal N2 sein. Guck mal, ob das letzte Stück reicht, weil der N2 ist. Ja, muss ja, ne? Der hier? Ne, der. Ich hab ihn 3 geschossen. Dann hätte ich einen Parteien so viel mehr gehabt. Nein, das ist ja auch die Ökonomie. Dann schieß ich primär. Ja. Was soll ich so? Was soll ich so? Was soll ich so? Was soll ich so? Das ist die ganze Haltung. Dann schießt Wulff. Wulff? Ja, zwei. Ja, zwei oder eins. Ach so, da. Was? Mein Re-Roll? Das, was ich nicht habe, hast du, jaja. Zwei. Zwei. Ey. Ich hab mal die weggeholt. Wo war das halt nicht? Und. Broadside. Zur Seite. Bion beschützt. Eine Leerseite drehe ich dann ein Auge und fokussiere mich aus. Was? Ähm. Was haben wir zu machen? Ey. Echt? Ehm. 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 Fass mal, wie gehen sie weiter? Jetzt! Boah. Was war jetzt passiert ist es Usual so? Eindeutig. Alle Jungen. Aber wenn die Grünen nicht wollen, dann wollen die Grünen nicht. Ich hab mal mit dir gesehen. Keine Ahnung, weil ich letztes Mal so viel Blanks hatte. Die ganze Kombination ist nicht stark.